I've got a ticket to fame. I raise my hand and see the crowd become my name. I've got a ticket to fame. I hear the people getting loud and go insane. I've got a ticket to fame. Wow, also eine sehr, sehr gute Saison für dich. Wenn du jetzt an diese Saison zurückdenkst, was kommt dir da so in den Kopf? Was denkst du dir immer noch? Ja, also denke ich sehr gerne. Darauf zurück ist eine der besten Motivationen, die man haben kann für alles weiter, was jetzt kommt, wenn man da zurückdenkt. Sicher die Vischanz-Tournee, wo der Kraftl und ich als Zimmerkollegen vorausmarschiert sind und uns eigentlich fast vom Rest der Welt ein wenig abgesetzt haben. Das war einfach eine gewaltige Sache, wo ich nicht weiß, ob das noch mal so schnell passieren wird. Wir werden natürlich alles geben dafür, dass wir es vielleicht wieder schaffen. Mario, der Sommer war für dich ein sehr guter, sehr erfolgreicher. Der Sommer Grand Prix ist super gelaufen für dich. Du hast am Ende sogar den vierten Gesamtrang erreichen können und in Chagunz sogar das Rennen gewonnen. Wie war das? Was sind da für Gefühle, wenn du an den Sommer jetzt zurückdenkst? Ja, ich denke sehr gerne an den Sommer zurück. Das Rennen ist laut Plan verlaufen. Das war mit dem Sieg in Chagunz beim Sommer Grand Prix sicher der Höhepunkt. Ich bin froh, dass ich die guten Trainingsleistungen auch im Wettkampf zeigen können habe. Und auch mit dem neuen Trainerteam komme ich super zusammen und das stimmt mich sehr positiv für den Winter. Die österreichische Meisterschaft, also das ist halt da. Jetzt haben wir nicht einmal mehr einen Monat bis zum Wettkampfstart. Und wir haben jetzt wieder gesehen, dass wir sehr, sehr gut drauf sind. Und ja, österreichweit einmal ganz vorne sind und sogar ein bisschen absetzen haben können, der Michael und ich. Und das beruhigt natürlich extrem. Der Sommer war super, jetzt kommt der Winter. Was traust du dir selber zu, Stefan? Wie gut bist du wirklich dran? Was traust du dir zu? Ja, ich habe schon wieder so das Ziel, dass ich einfach ein Sigspringer bin oder Top-End-Springer bin und einer zu den besten Skispringern auf der Welt gehören. Und dieses große Ziel konstant über die ganze Saison, das ist mir das Wichtigste, dass ich nicht einmal da bin, einmal da bin, sondern echt konstant fahren dabei. Das traue ich mir zu. Ich werde natürlich auf meine Sachen schauen, auf mein Konzept, Pläne schauen, was ich da mit Partei ausarbeite. Und ich glaube, ich werde das ganz gut hinhauen und ich freue mich jetzt schon riesig drauf, wenn es losgeht. Ja, wenn ich an den Sommer denke, dann könnte ich mich schon ans Podest gewöhnen. Aber nein, ich möchte am Boden bleiben. Ich möchte mich jetzt wieder im Weltcup etablieren. Einige Top-End-Plätze vielleicht einfahren und wenn alles zusammenpasst, vielleicht einmal aufs Stockerl hinaufsteigen. Wird uns leider gar nichts geschenkt in dem Zirkus. Aber ein Grafchen dahinter, weil ein Blödemer dumm tut. Der weiß das genauso auch, dass uns nichts geschenkt wird. Wir tun auf jeden Fall alles dafür und wenn ich mir nichts vorwerfen kann, dass ich irgendwo ein wenig nachlässig war oder irgendwo etwas verschenkt hätte, dann weiß ich auch ganz genau, dass das wieder eine sehr gute Saison werden kann. Dankeschön.